Der Amar-Fan-Club! Check! 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 Gut, man muss einen Amar-Fan-Club suchen. Aber Amar war ja alleine. Seine Jungs sind ja dahinten. Wer möchte der Amar-Fan-Club sein? Hier vom Schreiber-Hirma. Amar! 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 Gib Geld! Gib Geld! Schließe! Wunderbar! Und... Sie haben schon Schweißperlen auf der Stirn, Jungs. Es ist ja auch sehr warm. Es ist ja sehr warm. Das ist die Anstrengung. Das ist die Anstrengung, natürlich. Gib mal, weil's ein Stein, ne? Die Wesen aus unserer Ersatzbank, ne?